Bitcoin ist eine Technologie, die die Finanzwelt verändert. Wir entwickeln Unternehmenssoftware, die Bitcoin zunutze macht. Bitcoin ist in der Lage, die Zahlungssysteme zu ersetzen, ein globales Zahlungssystem für umsonst praktisch, und ist in der Lage, auch komplexere Finanztransaktionen zu führen. Wir erwarten, dass Bitcoin die Geschäftsprozesse verändert, dass es ermöglicht, dass die Warenlieferungen mit den Zahlungen direkt verbunden werden. Wir erwarten, dass nicht nur Bargeld, sondern auch Finanzinstrumente aller Art damit ausgetauscht werden. Wir erwarten, dass Treuhanddienste entstehen, die sich mit Mathematik und nicht mit Juristen bedienen.